Die Wechselhaftigkeit des Marktes, die ist offensichtlich noch längst nicht vorbei. Viele hofften ja schon, Mensch, jetzt geht es endlich nach oben und das Ganze ist überstanden. Aber im Moment der Markt auf der Abwärtsrichtung, wenn wir uns das mal angucken beim DAX, zum Beispiel hier der FDAX, also sozusagen das handelbare Instrument, das auch abends noch handelbar ist nach offiziellen Börsenschluss hier des Xetra-Handels nach 1730, also dann sehen wir eigentlich etwas, was interessant aussieht im Sinne eines oder einer. Diese Geschichte, das ist ein klassisches Korrektivverhalten, Korrekturverlauf, der eigentlich sehr, sehr korrektiv aussieht und ein wenig mutmaßen lässt, dass wir nochmal eine Chance haben, dass wir hier nach oben rausgehen. Also die Chance für einen Dreh ist da. Aber wer will denn jetzt an der Stelle long gehen? Es gibt aus meiner Sicht nicht wirklich einen Grund, jetzt einfach da blindlings reinzugehen in so einer Situation, sondern tatsächlich erst, wenn wir was nach oben wieder rausgeschlagen haben, wenn wir die Situation, fallender Hochs, fallender Tiefs, wenn wir die verlassen, dann ist es ein gutes Zeichen, da gegebenenfalls reinzukommen. Aber im Moment doch nicht. Oder aber wir erreichen so etwas wie eine Unterstützungsmarke. Stichwort wäre hier, ich zeichne das mal hier im 4-Stunden-Chart, wäre etwas, was wir mit vielleicht den Fibonaccis hier erklären können, was wir vielleicht mit diesen Zwischenhochs hier erklären können. Also irgendwo so diese Zone hier, dieser Bereich, das ist irgendwas bei 15.145 in etwa, 15.100. So in dieser Zone könnte es locker für einen Dreh dann reichen. Da jetzt pauschal long zu gehen, naja gut, das muss man sich überlegen, das kann man machen unter Umständen. Mein Tipp wäre in dem Fall, auf der kleineren Zeitebene zu gucken, ob der Markt dann tatsächlich auch im kleineren, 5 Minuten, 1 Minuten Chart, irgendwie sowas, aber eine Ambition nach oben zeigt und nur wackelig nach unten eben geht, das wäre der Klassiker. Insgesamt macht das einen sehr korrektiven Eindruck. Aber, jetzt müssen wir eins nochmal hinzuziehen. Wie ist denn diese gesamte Bewegung aufzufassen? So richtig toll im Sinne eines Fünfwellers ist die ja auch nicht. Wir hatten hier eine große Korrektur und das war bisher die einzige. Also vielleicht ist das sogar die korrespondierende hierzu. Das heißt, wir hätten die erste, die zweite hier als Korrektur, die dritte jetzt hier hoch, die vierte jetzt nochmal hier. Also, wenn wir von aufwärts reden, sehe ich die ernsthafte Chance, falls der Kurs den Dreh wirklich schafft, das wissen wir nicht, aber wenn er ihn schafft, eben auch tatsächlich nur das, was wir vorne haben, da hinten nochmal anzufügen. Das heißt, dass wir irgendwo, naja, ich mache mal ganz grob so diese Kiste hier machen. Ich mache es mal groß, ich muss mich da häufiger daran erinnern, oder ihr mich in den Kommentaren, dass ich das Bild auch nochmal groß mache, also damit man das vielleicht ein bisschen besser sieht. Die Erwartungshaltung ist ja normalerweise, dass es in Trendrichtung entweder einwellig ist. Ja, das passt hier nicht so richtig. Das sieht entweder dreiwellig aus, oder aber das hier ist halt erst nochmal die Korrektur und es kommt das. Also, dann wäre eine mögliche Zielzone hier. Wenn ich sage, mögliche Zielzone, soll man sich darauf jetzt festlegen? Hm, es ist schwierig, denn im Moment fällt der Markt. Soll man in einen fallenden Markt jetzt einfach reinkaufen, finde ich nicht sehr clever. Aber der Markt muss irgendwas zeigen, was mich überzeugt. Und wenn es auf einer kleinen Zeitebene ist, und wenn es irgendwie sowas ist, und dann fängt der wackelig hier an, oder irgendwie so auf einer ganz kleinen hier, so eine A, B, C als Gegenbewegung, scharf vorher hoch, dann bin ich ja glücklich, wenn er das hier hinkriegt, dann von mir aus einsteigen hier in so einer Geschichte, und dann sagen, Mensch, wenn wir doch schon auf dem Weg nach oben sind, ist es recht realistisch, dass wir so diese Zone hier, die ist jetzt nicht ganz klar definiert, aber ich würde mal mich aus dem Fenster lehnen, wenn er die Aufwärtsrichtung anstrebt, also sprich, irgendwie so ein Verhalten hier an den Tag legt, und eben nicht, wie wir es hier hatten, wenn schon steil hoch, aber gleich wieder mit steil runter wackelig hoch, also sofort wieder das Gegenbild hier gemacht hat. Es gab hier keine Long Entries in dem Sinne. Aber wenn ich mich mal so auf dem groben Bereich festlegen würde, dann würde ich mal sagen, so ungefähr 15.550, und dann nach oben hin, ja, von mir aus auch noch 700, irgendwie sowas in der Richtung, einfach als Fortsetzung so dieser Geschichte, und dann wird neu verhandelt, insbesondere wenn es dann eine Korrektur gäbe, dieser Art, dann nochmal weiter nach vorne zu gehen. Aber das ist erstmal eine andere Geschichte. Wir müssen mal schauen, ob der Markt jetzt diesen Dreh tatsächlich hinbekommt, und da gilt natürlich der Blick auch nach Amerika, zum Beispiel auf die amerikanischen Future-Märkte. Das ist jetzt hier der Dow Jones als einer der, ja, durchaus ähnlichen, wie der DAX ist, sage ich jetzt mal so ganz grob, zumindest mal jetzt nicht ganz so tech-lastig wie den Nasdaq eben. Das ist wohl wahrscheinlich der bessere Zusammenhang. Bislang war es so, dass wir recht starke Abwärtsseiten, recht wackelige Aufwärtsseiten hatten. Starke Abwärtsseiten, dreiwellige Aufwärtsseiten. Da konnte man es nicht mehr so gut erkennen. Hier war nochmal so intern, dann Schub runter, wackelig hoch. Ich mache es mal weg, dann sieht man es wahrscheinlich besser als mit meinem Gekläger. Also hier sieht man noch so halbwegs den Unterschied. Auch hier ist immer noch stark runter, wackelig hoch, und hier sieht es jetzt nach wie vor so aus. Allerdings sehen wir auch schon, dass die Entfernung so zwischendrin, hier war es noch lang, jetzt hier ist es schon relativ kurz. Also es deutet sich an, dass diese Abwärtsbewegung vorläufig eine realistische Chance hat, ein Ende zu finden. Und jetzt kommt es. Worauf achten wir dann als Händler? Das ist für mich das maßgebliche Entscheidungskriterium. Wenn der Kurs jetzt irgendwann, vielleicht geht er auch nochmal einmal tiefer, aber dann jetzt in der Nähe, sagen wir mal, dieser Marken, es tatsächlich schafft, mal eine scharfe Aufwärtsbewegung zu machen, sowas wie hier, eine relativ scharfe Aufwärts- und eine wackelige oder dreiwellige Abwärtsbewegung, dann haben wir zumindest mal, das ist immer so das Mindestausmaß, dass wir das, was wir vorne haben, hinten nochmal bekommen. Es war jetzt sogar ein bisschen mehr, allerdings für den ganz großen Wurf hat es nicht gereicht. Ja, also es ist manchmal so, dass es danach, nach dieser Wackelei, sogar sehr weit läuft, aber zumindest mal, das ist so dieser Richtwert, das, was du vorne hast, kriegst du da hinten, klassischerweise nochmal, Entry-Trigger, eben wie gesagt, das Zwischenhoch, um dann da reinzukommen. So ähnlich könnte uns das jetzt heute Nachmittag noch blühen. Aktuell sehe ich das allerdings nicht, denn das, was wir da haben, sieht noch ganz klar korrektiv aus. Aber das kann sich ja in der nächsten Zeit ändern. Das heißt, dass wir dann eben nicht dieses dreiwellige nach oben haben, so wie hier jetzt, so A, B, C, so dreiwellig, oder hier A, B, C, oder hier eben, wie gesagt, mehrfach wackelnd irgendwie, was nach oben, sondern, dass wir nach oben mal wieder steil gehen und dann A, B, C nach unten. Also ich halte die Chance dafür für nicht so schlecht, dass das bald mal wieder passiert, denn wir haben lange Zeit jetzt eine Abwärtsbewegung hier gehabt und müssten eigentlich mal wieder in eine Pause reingehen. Ich muss allerdings fairerweise dazu sagen, all das, was ich hier sehe, ist für mich nicht wirklich verlockend für die bullische Seite. Da hat sich nichts dran geändert. Selbst wenn der jetzt hier noch mal ein bisschen nach oben kommt in den nächsten Stunden. Ich halte es nach wie vor für nicht so unrealistisch, dass wir da noch mal runtergehen, analog zum DAX. Also für die, die die Marken jetzt nicht gut erkennen können, ich sage mal 33.000 noch mal von unten sehen und vielleicht auch 32.000 sehen und wenn es noch mal 31.500 ist, würde ich im Zweifelsfall auch noch sagen, naja gut, aber viel tiefer wäre jetzt dann nicht notwendig hoffentlich. Aber irgendwie sowas in dieser Richtung halte ich für nach wie vor gangbar und im Moment sieht der Markt ja nicht danach aus, als ob er sich massiv da drehen will. Ein bisschen Ähnlichkeit sehen wir hier beim S&P 500, den will ich gar nicht jetzt so sehr rausputzen in dem Fall. Allerdings ein wenig anders sehe ich das beim Nasdaq. Zumindest mal so ein bisschen hat man den Eindruck, ich bleibe mal im 5-Minuten-Chart, also Marsch und all die kurzfristigen Händler unter euch. Natürlich, das Bild ist hier ungefähr das gleiche. Auch hier seht ihr die Korrektur, entweder diese hier oder von mir aus auch nur diese hier. Alles Korrektivbewegung nach oben. Immer daran denken, dreiwellig oder so mehrfach wackelnd. Ja, auch hier so im ganz Kleinen sieht man das hier jetzt so diese Gegenbewegungen, die da drin sind. Aber wir haben zumindest ein Hoffnungsschimmer, denn diese Bewegung, wenn die hier rausgetoppt wird, wäre ihrerseits eine dreiwellige Bewegung und würde vorläufig die Aufwärtsbewegung nochmal zementieren. Ich warte ungerne auf so einen späten Einstieg, deshalb auch hier gilt, also das ist vielleicht das, was wir uns als Marktteilnehmer für die nächsten Stunden mal merken sollten, macht er mal irgendwann eine Schubbewegung hoch und was Wackeliges runter. Das wäre eigentlich der Clou, um dann zumindest nochmal so ein bisschen weiter nach oben zu gehen. Nichtsdestotrotz, die gesamte Aufwärtsbewegung, die wir hier haben in den vielen Kursüberschneidungen, ihr seht, der ist tiefer als der, der ist jetzt sogar auch tiefer als der, also egal wie ich das drehe, dieses Gesamtkunstwerk, was wir hier hatten, was war das, am 14. Februar, ist nicht wirklich bullisch. Und wenn ich ein bisschen rauszoome und mir nicht nur dieses Gesamtkunstwerk angucke, wo ich eben euch gerade gezeigt habe, warum das nicht so bullisch ist. Und jetzt, dass man in diesen Kontext hier rannehme, seit dem Tief vom 24. Januar mit dem Rücksetzer, mit dem Rücksetzer, mit dem tiefen Rücksetzer, sogar hier, auch der ist nicht wirklich bullisch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich hier eben gerade gesagt habe, so ein bisschen, so zwischendurch mal so einen Bullenmarkt, finde ich völlig okay. Das Gesamtbild zeigt einfach noch nicht nach oben und es sieht so aus, als ob der Markt noch mal tiefer gehen müsste. Also höchstens eine zwischenzeitliche Bewegung nach oben. Wie ihr die erkennt, habe ich euch gerade gezeigt. Ansonsten gilt natürlich, solange wir scharfe Abwärtsbewegungen haben und irgendwie sowas in der Richtung nach oben hier. Und das triggert er auf der Unterseite. Warum muss ich dann unbedingt long gehen? Muss ich nicht wirklich haben? Also wenn wir diese Systematik haben, wäre das ein Zeichen für die Fortsetzung. Also noch kein wirklich gutes Zeichen, wenn es aufwärts geht, dann ist es wohl eher zumindest mal aktuell aus dieser Sicht eine zwischenzeitliche Geschichte. Ich muss gestehen, ich tue mich total schwer, ob ich jetzt sagen soll, ja Leute, das geht jetzt nur bis hier hin. Das ist jetzt zum Beispiel, ich mache es mal ein bisschen größer hier, dann könnt ihr es sehen, im Vier-Stunden-Chart, wird das jetzt nur eine Bewegung sein, die so weit läuft oder läuft sie vielleicht sogar noch so oder läuft sie vielleicht sogar noch mal bis da in die Oberseite? Ich weiß es nicht. Warum weiß ich das nicht? Erstens, weil ich nicht in die Zukunft gucken kann und zweitens, das ist ja Korrektivverhalten und im Korrektivverhalten ist alles irgendwie verwurschtelt so halbwegs möglich. Das ist das, wo ich häufig sage, dann warte halt ab, bis dieser Anfall vorüber ist. Ja, da muss ich ja nicht unbedingt da drin handeln oder aber ich bleibe hier auf den kleineren Zeitebenen, was ich eben gezeigt habe und sage, naja gut, aber hier so intern kann man ja schon hin und wieder mal erkennen, was eine scharfe und was eine schwache Bewegung ist. Da kann ich doch noch mal ein klein bisschen was mitnehmen. Ja, aber das sind alles keine Indikationen für das große Bild, jetzt massiv einkaufen. Das ist da nicht gegeben, denn auch wenn ich hier mal gesagt habe, zwischendurch mal Bullish, ja, und ob es da mal 100 Punkte weiter reicht, auch super oder 200, aber das ist alles im Rahmen dieses Korrektivverhaltens hier. Also um mich da wirklich wieder besser zu stimmen, müssten wir wirklich aus dieser Zone ausbrechen. beim Nasdaq wäre das locker 16.000. Irgend so ein bisschen ab, wie lange das noch dauert, weil ihr seht ja, die Linie ist steigend und es sollte dann also schon drüber liegen, 16.500 wäre vielleicht auch nicht schlecht und das ist schon wieder ganz schön hoch. Da werden viele sagen, ja klar, es ist dann Bullenmarkt, ja, aber das ist halt die aktuelle Situation, die wir da haben und ich muss sagen, ich sehe es im Moment noch nicht, dass das der Fall ist. Wir werden uns überraschen lassen müssen, euch für eure Entscheidung, alles Gute, toi, 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 liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag.